Ein schwerer Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang hat sich am Montagmorgen in Kamenz ereignet. Auf der S-94 stieß unweit des Flugplatzes ein Skoda frontal mit einem LKW zusammen. Dabei kam der 25-jährige Autofahrer ums Leben. Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr. Der Skoda Scala war dabei in Richtung Bernsdorf unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache offenbar auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal in einen entgegenkommenden LKW krachte. Der LKW legte eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der junge PKW-Fahrer wurde schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte und Feuerwehr rückten an und kämpften vor Ort um das Leben des Mannes. Wie die Feuerwehr Kamenzstadt berichtet, habe man parallel mit zwei Rettungssätzen am Unfallfahrzeug gearbeitet, um den Fahrer zu retten. Nach 45 Minuten technischer Rettung konnte er an den Rettungsdienst übergeben werden. Sanitäter und Notarzt konnten jedoch nichts mehr für den 25-Jährigen tun. Er verstarb noch vor Ort. Der LKW-Fahrer überstand den Unfall ohne körperliche Verletzungen. Die S-94 war für mehrere Stunden vollgesperrt. Spezialisten der Polizei sowie unabhängige Gutachter nahmen vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache und dem genauen Hergang auf. Man bittet Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sich in der Verkehrspolizei-Inspektion unter der Rufnummer 03591 3670 oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Pilates efekt hat loan als ein in Vielen Dank.